Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Seid leise, sonst wacht Marlene auf. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Marlene! Happy Birthday to you! Alles Gute, mein Schatz. Jetzt bist du schon sechs Jahre alt. Alles Gute, Marlene! Alles Gute, Marlene! Vielen, vielen Dank! Sieh dich an und komm runter. Ich ziehe mich jetzt an. Jetzt gehe ich runter. Alles Gute, Marlene! Ich packe jetzt die Geschenke aus. Oh, wie schön! Eine neue Jacke! Danke! Ein neues Portemonnaie! Danke! Oh, wie cool! Ein Schwimmring! Danke! Ein Haarreif! Danke, danke, danke! Wie cool! Bitte, bitte, gern geschehen, mein Schatz! Gleich kommen meine Freunde und wir gehen ins Schwimmbad. Wir müssen los! Die Gäste kommen gleich zum Schwimmbad. Hallo, wir sind da! Alles Gute, Marlene! Wir sind auch da! Alles Gute, Marlene! Hallo, Marlene! Wir sind auch da! Alles Gute! Alles Gute! Jetzt packe ich die Geschenke aus. Das ist von Sonna und mir. Bitte schön! Danke! Das Freundebuch ist super! Das ist von uns. Bitte schön! Danke! Die Puppe ist super! Das ist von uns. Bitte schön! Danke! Das Playmobil-Set ist super! Wer will Kuchen? Vier! Hm, ist das lecker! Jetzt ziehen wir uns unsere Badesachen an. Ab ins Wasser! Vier! Das ist besser! Ich möchte meine Badesachen an. Badesache! seems tote auch mal, nicht zu schlägern. Und ich guckee! Das ist das? is! nicht zu schlau! Das ist so. Und ich guckee! Untertitelung des ZDF, 2020 Tschüss ihr Lieben, war schön mit euch Jetzt mache ich Marlenes Geburtstagspommes Spezial Hier meine Liebe, für dich Danke Omi, die Tasche ist super Hier Marlene, das ist für dich Danke Oma und Opa, das Playmobilhaus ist super Die Pommes sind sehr lecker Gute Nacht Marlene Danke Mama, danke Papa, danke Ella, danke Luna, danke Holle und Lukas und danke Bob Die Geschenke waren super, die Pommes waren klasse, der ganze Tag war super, danke Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Jetzt ist unsere Marlene schon 6 Jahre alt Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video Tschüss Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren